Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, »Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass ich auch komme und es anbete.« Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020